Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Johnny Depp als Ludwig XV, erstes Foto veröffentlicht. Johnny Depp, 59, ist in eine große Rolle geschlüpft. In den vergangenen Monaten war das Leben des Schauspielers recht turbulent. Er hatte seine Ex Amber Rose, 38, wegen Verleumdung vor Gericht gezerrt, den Prozess gewonnen und damit seinen guten Ruf wiederhergestellt. Nun dreht der Fluch der Karibik-Star seinen ersten Film nach langer Zeit und schlüpft dafür in eine vornehme Rolle, König Ludwig XV. Das ehrgeizige Drama ist frei inspiriert vom Leben der Jeanne du Berre, der letzten königlichen Mätresse von Ludwig XV am Hof von Versailles. Die Produktionsfirma Why Not Productions hat ein erstes verspieltes Bild von Johnny in der Rolle des Königs Ludwig XV in der historischen Liebesgeschichte Jeanne du Berre, der französischen Regisseurin Mai Wen veröffentlicht. Mit verbundenen Augen sieht man ihn im Seitenprofil in vornehmer Adelskleidung und weißer Lockenpracht, die im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden ist. Seine Haut ist von vornehmer Blässe, während er keine Mine verzieht.